Erstmal ist eine Frau mit Glatzen natürlich absolut ungewöhnlich. Es gibt schon alle Sortenblicke. Und hier sieht man auch sehr gut meine Geheimratsecken und auch die Haarlinie, wie dünn die ist. Dieses Bild habe ich der Klinik damals geschickt. Ich glaube, ich habe gefühlt alles unternommen, was man unternehmen kann. Ich habe nur leider noch nie das Richtige gefunden. Und es hat irgendwie alles am Ende dann doch nicht geklappt. Imke Jahnke trauert alten Zeiten hinterher. Ich habe hier so ein altes Fotoalbum, das ist so 25 Jahre alt. Da war ich in Atlanta in den USA als Lehrerin angestellt. Da kann man vor allen Dingen sehr schön sehen, wie lang meine Haare waren. Ich hatte also richtig überschulterlange Haare und auch Locken. Also man sieht jetzt hier ein bisschen gestylt, aber trotzdem hatte ich eben auch Naturlocken. Dann entdeckte sie eine kleine, kahle Stelle am Hinterkopf. Es hat angefangen, als ich ungefähr Mitte 30 war. Zuerst mit einem kleinen, kreisrunden Fleck am Hinterkopf. Deswegen der normale Name von dieser Krankheit ist auch kreisrunde Haarausfall, weil es mit einem kleinen Kreis beginnt. Es kann sein, dass es zuwächst. Es kann sein, dass aber auch alle Haare ausfallen. Der Verlauf ist immer ungewiss. Imke Jahnke gab die Hoffnung nicht auf. James Roman auf dem Weg zur Arbeit. Auch er hat seine eigene Haargeschichte. Dabei wollte er schon immer Friseur werden. Ich muss sagen, ich habe mich schon immer für den Beruf Friseur interessiert. Und es gibt auch noch Videos, wo ich drei Jahre alt war und mein Bruder sogar die Haare geföhnt habe. Und ich wollte entweder Koch, Friseur oder Popstar werden. Haare sind mir selber persönlich halt auch sehr wichtig, gerade weil ich Friseur bin. Lange Zeit hat er vermutet, dass sein Haarausfall hormonell bedingt sei. Mein Haarausfall fing mit Anfang 20 an. Und 2021, da wurde das schon sehr gut lichtbar. Bei mir gehe ich stark davon aus, dass es erblich bedingter Haarausfall ist von meinem Vater. Er hat auch sehr starke Geheimratsecken. Und also hormonell bedingt ist es bei mir nicht. Es ist definitiv erblich bedingter Haarausfall. Obwohl auf dem ersten Blick alles in Ordnung scheint, auch Johanna Lutterbach ist mit ihren Haaren nicht zufrieden. Ich hätte natürlich gerne so Hollywood-mäßig die Waller-Waller-Wähne. Habe aber leider relativ dünnes Haar, relativ glattes Haar. Hätte gerne mehr Volumen. Ja, ich hätte gerne so ein bisschen mehr Pepp und ein bisschen mehr Schwung. Ich arbeite ja in der Mode- bzw. Beauty-Branche. Dementsprechend kennen sich natürlich auch viele mit Haare aus. Und dementsprechend hat man natürlich schon noch mal ein bisschen andere Ansprüche. Es hat ja auch mal viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Wenn man einen guten Haartag hat, dann fühlt man sich natürlich gleich viel selbstbewusster. Wer wie James Rohmann mit seinen Haaren Probleme hat, kommt in die Praxis von Dr. Schardt. Er ist Spezialist für Haarerkrankungen und auf diesem Gebiet ein anerkannter Wissenschaftler. Das Haar ist eine Struktur, die relativ tief unter der Haut sitzt. Unterschiedlich, je nachdem, ob die Kopfhaut gemeint ist oder Körperhaare. Aber der Aufbau ist relativ identisch. Besteht aus einer Haarwurzel. Die besteht aus dermalen Papillenzellen. Das sind Zellen, die eher so aus tieferen Hautschicht kommen. Aus Melanozyten. Das sind die Zellen, die die Haarfarbe verantworten. Und den Zellen der äußeren Wurzelscheide des Haares. Das sind sogenannte Keratinozyten. Und diese Zellgruppen bilden ein komplexes, kleines Organ, was dann letztendlich man als Haar bezeichnet. Es gibt ja unterschiedliche Ursachen dafür, warum das Haar ausfallen kann. Das fängt an bei Mangelzuständen. Elektrolyte, Zink, Eisen, Magnesium, Selen könnten zu wenig im Blut vorkommen. Es können chronische Infektionen vorliegen. Es können die Hormone schuld sein, die dazu führen, dass die Haarwurzel anfängt zusammenzuschrumpeln. Bei Imke Jahnke blieb die kahle Stelle krall und die Diagnose entmutigend. Das ist eine Autoimmunstörung und man nennt die Alopecia. Und bei mir ist es die schwerste Form Alopecia universalis. Das heißt, ich habe am ganzen Körper keinerlei Haarwuchs. Der kreisrunde Haarausfall tritt in ungefähr 4 bis 5 Prozent der Bevölkerung auf. Das ist wesentlich häufiger, als man vermutet. Es ist trotzdem so, dass der kreisrunde Haarausfall an Häufigkeit zunimmt, wie auch viele andere Autoimmunerkrankungen. Wir bezeichnen sie auch als moderne Zivilisationskrankheiten. Und es gibt zwei Hypothesen, warum diese Erkrankungen häufiger auftreten als früher. Die erste Hypothese lautet, dass durch Umwelteinflüsse die natürlichen Strukturen, wie unsere Hautzellen oder wie unsere Haarwurzelzellen, so verändert werden, dass sie vom körpereigenen Abwehrsystem nicht mehr als körpereigen erkannt werden, sondern als körperfremd und deswegen abgestoßen werden. Die zweite Hypothese lautet, dass wir als Kinder im Gegensatz zu unseren Eltern und Großeltern nicht im Dreck rumgerobbt sind, sondern wir sind sehr steril aufgewachsen. Damals gab es auch noch keine Antibiotika. Heute wird jede stärkere Infektion sofort bekämpft, sodass unser Immunsystem im Grunde nicht mehr viel zu tun hat. Im Kilianke steht zu ihrer Krankheit. Aber in der Öffentlichkeit zeigt sie ihre Glatze selten. Ich habe auch die Wimpern und die Augenbrauen tätowieren lassen, einfach weil es besser aussieht. Ich fühle mich dann wohler. Und sie hat sich eine Perücke anfertigen lassen. Emotional ging es mir gar nicht so schlecht, wie viele immer vermuten. Mit der Perücke will sie sich vor Blicken und Kommentaren schützen. Die Lösung hat aber auch ihre Typen. Bei mir hält es durchschnittlich ein Jahr. Also man kann sagen, das erste halbe Jahr ist sie ganz traumhaft schön, das nächste Vierteljahr ist sie noch ganz toll. Und dann fängt es langsam an, sich einfach mal aufzutragen. Es ist wie ein Pullover oder wie Schuhe, wenn man die jeden Tag trägt, dann irgendwann lässt es mal ein bisschen nach. Und hier eben auch. Und die Kasse bezahlt einmal im Jahr um die 900 Euro. Und diese Perücke war erheblich teurer. Also ich zahle dann immer was dazu. Nur ihr Freund und engste Familienmitglieder wissen von ihrer Krankheit. Friseur James Rohmann konnte mit seinen Geheimratsecken nicht gut leben. Er schämte sich. Es hat mich schon belastet, ja. Ich wollte es erst mal gar nicht wahrhaben, weil ich immer versucht habe, meine Haare zu kaschieren beziehungsweise meine Geheimratsecken, meine lichten Stellen. Ich habe meine Haare immer dunkler getönt. Ich habe jedes einzelne Haar, jede Strähne rübergekämmt mit Haarspray. Ich habe gemerkt, sobald schlechtes Wetter war, es fing an zu regnen, konnte ich nicht raus oder musste mit dem Regenschirm raus. Also es war wirklich schon ein Horror für mich. Es ging so weit, dass er sich nicht mehr vor die Tür traute. Selbst die Hobbyfotografie hatte er an den Nagel gehängt. Ich konnte mich nachher auch nicht mehr richtig fotografieren lassen. Also wenn wirklich nur so bis zu der Seite, also bis hier oben oder nur seitlich, aber nie wirklich komplett oder frontal oder von oben ging gar nicht bei mir. Er wollte seinem Leidensdruck ein Ende setzen, suchte deshalb medizinischen Rat. Für Außenstehende mag es kaum verständlich sein, aber Johanna Lutherbach ist mit ihren Haaren unzufrieden. Bis heute hat sie viel Geld für Haarprodukte investiert, um sie voller wirken zu lassen. Ich glaube, ich habe gefühlt alles unternommen, was man unternehmen kann. Ich habe nur leider noch nie das Richtige gefunden. Und was ich so ein bisschen gelernt habe, ist bei mir tatsächlich weniger als mehr. Also als ich Shampoo, Conditioner und die Spülung, die drei Minuten einwirken lassen und die die fünf Minuten braucht, das hat irgendwie alles am Ende dann doch nicht geklappt. Man muss erst mal gucken, was ist eigentlich die Ursache. Es gibt ja auch andere Ursachen dafür, dass Haare feiner werden können. Also das kann zum Beispiel eine Schilddrüsenstörung sein. Also da müsste man gucken, dass man das ausschließt. Auch ein Zinkmangel kann ein Haar spröde, fein, brüchig werden lassen. Also die Hauptaufgabe, wenn man mit seinen Haaren nicht zufrieden ist, ist erst mal eine ärztliche Diagnose stellen zu lassen. Zum Arzt wollte Johanna Lutterbach lange nicht gehen. Sie probierte vorher noch ein Produkt aus, das sie im Internet gefunden hatte. Bei dieser Methode wird Aloe Vera auf den Haaransatz aufgetragen. Wenn man nicht das Aloe Vera Blatt kaufen möchte, gibt es eine Reihe von Produkten, die dieselben Substanzen beinhalten. Sie versprechen Feuchtigkeit fürs Haar und wachstumsfördernde Impulse. Also ich habe das jetzt so plus, minus seit drei Monaten genommen. Ich bin sehr gespannt, weil ich auch hier tatsächlich so ein bisschen die Baby-Härchen habe, wo ich mir natürlich auch erhoffe, dass die bald länger sind, weil die nerven natürlich dann immer. Von Babyhaaren kann Imke Jahnke nur träumen. Ihr bleiben nur ihre Erinnerungen. Ich vermisse diese Natürlichkeit, die man spürt, wenn man eben seine Haare hat und der Wind durch die Haare geht beim Fahrradfahren oder beim Spaziergang am Meer oder andere Gelegenheiten. Heute ist sie wieder auf dem Weg zu ihrer Perückenmacherin. Bei Königinnen arbeiten zwei Frauen, die aus der Filmbranche kommen. Sie sind Maskenbildnerinnen und eine von ihnen ist Ann-Kathrin Guballer. Das Leben ohne Haare bedeutet für die meisten Menschen stigmatisiert zu sein. Da spricht keiner gerade raus, hallo, hier ist Herr Schröder und ich habe Haarausfall und brauche unbedingt einen Haarsatz. Sondern auch da wird gekreist und keiner spricht das Wort gerne Chemotherapie aus, keiner spricht das Wort Alopizie aus oder kreisrunden Haarausfall. Alle schämen sich. Wir sind ganz häufig bei ganz, ganz vielen Dauerträgern die einzigen, die die Menschen ohne Haare sehen. Also selbst der Ehemann, Kinder, engere Verwandten dürfen nicht gucken. Aber unser großes Ziel ist jedes Mal, dass wir die Menschen entlassen und sie mit dem Gefühl gehen, Situation ist immer noch blöd, aber damit kann ich leben. Die emotionale Seite kennt Imke Jahnke nur zu gut. Ich hoffe sehr, dass wir ihnen in einer sehr schwierigen Lebenslage ein Stück Normalität zurückgeben. Wenn man das einmal erlebt, wie jemand ausflippt, die jahrelang irrsinnig viel Energie, Zeit und Mühe darauf verwandt hat, eine Oberkopfglatze zu verdecken und das vor ihrem Mann geheim zu halten. Und dann macht man ein kleines Teilchen aus Haaren, dann möchte man nie wieder was anderes machen. Das ist wirklich toll. Manchmal habe ich das Gefühl, sie rutscht im Nacken so ein bisschen. Vielleicht kannst du da noch mal gucken. Und die steht auch schon ein bisschen ab hier so. Ja. Ja, ist auch besser als bei den anderen Perücken damals. Diese ist echt gut, die ist ein bisschen luftdurchlässiger. Und aus Echthaar geknüpft, eine gute Lösung für Imke Jahnke. Perücke war bei James Rohmann mit seinen genetisch bedingten Geheimratsecken kein Thema. Er hat sich für den operativen Schritt entschieden. Alle haben es gar nicht verstanden, wo ich meinte, dass ich diese OP jetzt mache. Alle meinten, was, warum machst du das jetzt? Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Der Druck kam von mir selber, sag ich mal. Und dann ist er nach Istanbul in eine Klinik geflogen. Und hier sieht man auch sehr gut meine Geheimratsecken und auch die Haarlinie, wie dünn die ist. Und dieses Bild habe ich der Klinik damals geschickt. Wo mir die Haare dann kurz geschoren wurden, dachte ich mir so, okay, es wird ernst. Dann habe ich die Spritzen injiziert bekommen und da war für mich klar, es gibt kein Zurück mehr. Immerhin ist es eine Operation. Und jede Zerstörung oder jede Störung der körperlichen Intaktheit kann mit verschiedenen Komplikationen einhergehen. Es kann sich eine Infektion bilden, eine bakterielle Infektion, die letztendlich dazu führen könnte, dass Haarwurzeln in einem relativ großen Bereich durch diese Infektion so geschädigt werden, dass sie komplett absterben. James Rohmann aber ging das Risiko ein. Das ist quasi 20 Minuten vor der Haartransplantation. Da wurde mir schon mal eine Haarlinie aufgemalt. Das sind quasi so zwei Zentimeter, die runtergezogen werden, also die Haarlinie, die Spitze vorne und natürlich auch die Geheimratsecken. Und das nächste Bild ist direkt nach der Haartransplantation. Man sieht auch, wie stark geschwollen meine Stirn ist. Das nächste Foto ist circa zehn Tage nach der Haartransplantation. Da sieht man auch die Kruste sehr gut und ist auch schon sehr gut verheilt, sehr trocken. Drei Monate nach der Haartransplantation, da fängt das Wachstum der Haare an. Man sieht auch, die Haare sind von der Struktur noch ein bisschen krausig. Es ist sehr dünn, sehr licht. Und dass ich auch verschiedene Frisuren jetzt tragen kann. Also ich kann jetzt eigentlich machen, was ich möchte. Ich kann sie lang wachsen lassen. Ich kann Locken reinmachen. Okay, das würde jetzt merkwürdig aussehen. Aber ich habe jetzt quasi, ja, komplett die Auswahl und kann tragen, was ich möchte. Ich hätte jetzt zum Beispiel für dieses Ergebnis hier in Deutschland 10.000 Euro zahlen müssen. In der Türkei habe ich 1.950 Euro gezahlt, ohne Flug. Die Investition hat sich aus seiner Sicht gelohnt. Eine, die mit Haarproblemen vertraut ist, ist Siri Pflughaupt. Nach der Meisterschule hat sie sich in Hamburg selbstständig gemacht. Ihr Friseurhandwerk hat sie von der Pike auf gelernt. Man hat sofort auch ein Ergebnis seiner Arbeit. Das finde ich besonders schön. Es gibt ja Berufe, da arbeitet man und arbeitet man und wird nicht fertig. Und ich bin immer fertig, wenn der Kunde den Salon verlässt. Und man bekommt direkt ein Feedback, ob der Kunde das gut oder schlecht findet. Und das finde ich halt schön, dass man so einfach gefühlt die Menschen glücklich machen kann. Also ein großes Thema ist eben dünner werdendes Haarschütteres Haarausfall, auch nach Schwangerschaften, nach Krankheiten. Heute hat Johanna Lutterbach einen Termin bei ihr. Siri Pflughaupt will prüfen, ob das Aloe Vera sein Versprechen hält, Haare wieder wachsen zu lassen. Und sie will der jungen Frau einen Tipp geben. Wir können uns gerne einmal hinsetzen. Ja, du hast feine Haare, aber eigentlich viele. Aber man merkt, dass du halt, das haben ganz, ganz viele Frauen in der Kontur, ne? Hast du hier so ein paar Babyhaare. Und das ist das, was, wenn man dann reinfässt, wo man merkt, dass es hier unten einfach dünner wird. Weil was hattest du dir denn von der Aloe Vera Therapie versprochen? Tatsächlich ist so ein bisschen, dass hier die kahlen Stellen ein bisschen nachwachsen oder irgendwie ein bisschen voller sind. Also ich glaube, es ist ein bisschen schwierig mit der Aloe Vera Geschichte, weil es bringt bestimmt Feuchtigkeit und es kann auch nicht schaden. Aber wieso das Haarwachstum dadurch angeregt werden sollte, kann ich mir schwer vorstellen. Das Problem ist ja, die Haare wachsen durch Zellteilung und alles, was man von draußen raufgibt, was nicht ein Medikament ist, kann nicht so wahnsinnig viel bringen. Die Hauptursache für dünne und feine Haare, gerade bei jungen Frauen, ist einfach eine erbliche, eine genetische Veranlagung. Und da wird man auch mit den besten Therapiestrategien nichts daran ändern können. Also wir sind leider auch als Haarspezialisten nicht in der Lage, aus dünnen, feinen Haaren kräftige, dicke, pigmentierte Haare zu machen. Man kann so ein bisschen versuchen, zum Beispiel, indem man mit haarnstoffhaltigen Shampoos arbeitet, kann man versuchen zu erreichen, dass das Hornmaterial des Haares ein bisschen mehr Wassermoleküle speichert. Das Hornmaterial quillt ein bisschen auf und dadurch macht es den Anschein, als wenn es kräftiger wäre. Ein festigendes Feuchtigkeitsspray, der Tipp der Friseurin. Ich kann dir gerne mal so ein Spray zeigen, was kein Trockenshampoo ist, was aber ähnlich funktioniert und eben nicht. Das Trockenshampoo hat ja oft diesen sehr pudrigen Matten-Effekt. Vor allem bei dunklen Haaren ist das ja auch oft. Genau, dann sieht man es oft und es gibt aber eben auch Sprays, die ein bisschen besser funktionieren. Ich nehme jetzt einfach mal das Spray und sprühe dir das auf die eine Seite, dass wir mal den Vergleich haben, dass du sehen kannst, wie es sich anfühlt. Johanna freut sich über den Tipp. Und das hinterlässt aber jetzt auch nicht so ein pudriges Finish wie das Trockenshampoo. Nee, genau, genau. Du siehst ja schon, da passiert nicht so viel. Das ist eher der Effekt als die Optik. Du musst mal reinfassen, dann wirst du es auch schon merken. Oh ja. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass man eben immer mehr sieht, immer mehr Möglichkeiten hat, dass man sagt, oh, ich möchte jetzt aber, die hat so schöne Haare, so schöne Haare möchte ich auch. Und das wird, glaube ich, schon immer mehr, dass die Leute, obwohl sie eigentlich schon ganz schön aussehen, noch schöner sein wollen. Alles klar, dann vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Einen schönen Tag. Bis dann, ciao. Bei Königinnen, den Perückenmacherinnen, ist heute Haarspendetag. Ann-Kathrin Guballa freut sich über jede Spenderin. Alle zwei Monate kommen Frauen, die haarlosen Menschen helfen wollen. Denn die Perücken werden mithilfe gespendeter Haare hergestellt. Mindestens 25 Zentimeter lang sollte das Haar sein. Und ungefähr. Ein Haarschnitt ist inklusive und alles, damit es anderen besser geht. Was für Schicksale wir hier mitbekommen, wenn junge Frauen schwanger sind oder gerade Kinder gekriegt haben und Brustkrebsdiagnose bekommen beispielsweise. Im Laufe der letzten zehn Jahre sind wir, glaube ich, sehr, sehr demütig geworden. James Roman will heute von Dr. Schad wissen, ob seine Haartransplantation in der Türkei auch qualitativ deutschen medizinischen Ansprüchen genügt. Er macht sich deshalb Sorgen und hofft auf eine nachhaltige Diagnose vom Haarfacharzt. Hallo. Hallo. Guten Tag. Grüße Sie. Roma, mein Name. Ja, mein Name ist Schad. Es ist tatsächlich so, dass bei dieser männlichen Form des Haarausfalles nur bestimmte Areale der Kopfhaut betroffen sind. Das sind typischerweise die Geheimratsecken, das ist der zentrale Scheitelbereich und das ist der Wirbelbereich. Was nicht beeinträchtigt wird durch die männlichen Hormone, sind die seitlichen Kopfhautpartien und die hinteren Kopfhautpartien. Wie aber kann jetzt das Ergebnis gehalten werden? Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Haare, die hinter dem transplantierten Bereich liegen, dass wir die schützen, damit die sich nicht noch weiter zurückentwickeln. Und da gibt es ein Medikament, was da in Frage kommt. Das ist das Finasterid, von dem Sie mit Sicherheit schon gehört haben. Über die es viele richtige und auch unrichtige Beobachtungen und Meinungen im Internet gibt. Darüber könnten wir uns nochmal ausführlich unterhalten, ob das in Frage kommt oder nicht. Ich habe positives und negatives gehört über Finasterid. Nebenwirkungen, die auftreten können, sind weniger Lust auf Sex, also Libidoverringerung, möglicherweise Potenzprobleme, Auslösung von Depressionen, wenn man überhaupt zu depressiven Verstimmungen neigt. Die eigentlich wirkliche Häufigkeit des Auftretens dieser Nebenwirkungen liegt nach meiner Einschätzung bei geringer als einem Prozent, also bei 0,4 Prozent. Genau, kommen Sie rein. Und dann, wenn Sie möchten, können Sie einfach hier draufklettern, sich einmal hier draufsetzen. Ja. Für ein abschließendes Urteil nimmt der Dermatologe das Operationsergebnis noch genau unter die Lupe. Ja, hier sieht man nochmal ganz genau, wo die Haare transplantiert worden sind, wie sie transplantiert worden sind, wie die Wachstumsrichtung ist, wie viele Haare pro Follikeleinheit hier transplantiert worden sind. Also das ist wirklich sehr natürlich gemacht. Und jemand, der da das nicht weiß, der würde niemals auf die Idee kommen, dass da eine Haartransplantation überhaupt stattgefunden hat. Das ist immer so ein Kriterium dafür, zu sagen, ist das gut gemacht oder ist das weniger gut gemacht. Also das ist schon eine gute Arbeit, die da gemacht worden ist. Nein, das erleichtert wird. Ja, okay, ja, alles klar. Mindestens einmal in der Woche geht Imki Jahnke in die Sauna und schwimmen. Sie könnte sich eine Badekappe aufsetzen, aber das will sie nicht. Nur hier geht sie oben ohne. Im Kijahnke zeigt anderen, wie man trotz Haarlosigkeit selbstbewusst durchs Leben gehen kann. Erstmal ist eine Frau mit Glatzen natürlich absolut ungewöhnlich. Es gibt schon alle Sortenblicke. Mitleidig oder auch mal abschätzig. Die Menschen gucken und dann gucken sie ganz schnell wieder weg, weil sie nicht wissen, ob sie gucken können oder dürfen. Denn ganz oft wird ja vermutet, es ist eine schlimme Krankheit, also zum Beispiel Krebs. Direkt angesprochen, im Schwimmbad hat mich noch nie jemand. Es sind Blicke geblieben. Ich habe noch nie jemand gefragt, was haben Sie denn oder wie kommt das denn? Denn das ist mir in all den Jahren, ich habe das seit 20 Jahren und gehe entsprechend oft schwimmen, noch nie passiert. Also ich würde mir wünschen, dass die Leute tatsächlich auf mich zugehen und sagen, was ist denn mit Ihnen passiert oder warum haben Sie keine Haare? Und man kann letztendlich ohne Haare genauso gut leben wie mit Haaren. Und ich bin auch der festen Überzeugung, die Evolution des Menschen wird auch weiter in die Richtung gehen, dass wir irgendwann mal gar keine Haare mehr haben werden. Wir werden irgendwann komplett haarlos sein. Vielen Dank.